Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video, und zwar vom Daily Shop vom 21.06.2019 So Leute, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann könnt ihr die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben verlassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, ich bin da sofort neben mir, sitzt der gleich und heute guck mal wieder in den einen Shop rein. Wir haben so viele neue Items, sieben Stück an der Zahl. Stimmt, das sind eigentlich sieben. Wir fangen aber auf der rechten Seite und zwar haben wir die magische Schwingenwoord. Das sind 12 von FD-Bucks das Teil. Mega krass. Höhenflug mit Knöder-Effekt, Teil des Arcana-Künstlersets. 10 von 10. Safe. 9 von 10. 9 von 10? Ja, 9 von 10. 4,3 von 5,540 Bouts zum ersten Mal am 16. November 2018 im Shop gewesen. Seitdem 8 Mal am 65, wenn du meinst. Dann kommen wir zum Schlenki. Das ist diese Ringer-Puppe. Für 1200 V-Bucks. Das ist ein Dummy. Ja, ja. Sieht aber total bescheiden aus. Ich finde das Ding schrecklich. 2 von 10. 2 von 10? Von mir 0 von... 1,9,1,0 bei 23 Votes. Das ist die schlechteste Bewertung, die ich jemals gesehen habe. Bei 23 Votes zum ersten Mal am 2. März 2019 im Shop gewesen, seitdem 3 Mal und 7 Reminder. Träumerfüße. Träumerfüße. Träumerfüße für 500 V-Bucks. Mega geiles Teil. 10 von 10. Kommen wir auch. 4,59 von 5 bei 17 Votes am 13. April 2019 im Shop gewesen, seitdem 4 Mal und 34 Reminders. 4,59 von 5 bei 16 Votes zum ersten Mal am 7. Juli 2018 im Shop gewesen, seitdem 5 Mal und 4,59 von 4 Reminders. So, dann haben wir diese Spectra oder auch Geist-Picke für 800 V-Bucks. Kriegt von mir 6 von 10. Nein, ihr kriegt 7 von 10. 4,04 von 5 bei 27 Votes zum ersten Mal am 30. März. Das war's mit unserem Shop. Wir haben den Coal. Ja, diesen Berger weiter. So, mal an den kurz ran bitte. Ja. Puh. Sieht schlimm aus. Da oben die Batterie am Helm. Das sieht schlimm aus. Ja, ich kann mit dem Ding auch nicht wirklich viel anfangen. 3 von 10. 2 von 10. 3 von 5 bei 16 Votes zum ersten Mal am 6. Mai 2019 im Shop gewesen, seitdem 2 Mal und 4 Reminders. Das war wirklich... Hab ich vorher fast nur einmal gesehen ist. War wirklich... Hab ich vorher fast nur einmal gesehen ist. Du kannst dich nicht konzentrieren. Soll ich dir die Birne an deinen Kopf schmeißen oder sowas? Okay, warte mal. Nach mal. So, ähm... Fangen wir an mit... Nachtglanz. Boah. Nachtglanz. Holy Shit. Sieht cool aus, ne? Mit zwei Outfits. Geh nochmal bitte durch die Outfits durch. Also einmal die sieht cool aus. Hier, zoom mal an die ran. Okay. Ja. Welche gefällt dir besser? Die. Die, ne? Ja, 10 von 10. 10 von 10? 8 von 10. 8 von 10? 8 von 10? So, liebe komische Schuhe. So, mal bitte auf die Schuhe. 4 von 5 bei 4 Worts. Erstmal am 21. Juni 2019 im Shop gewesen. Seitdem einmal und 19 Reminders. So, liebe komische Schuhe. Sind die Schuhe aus? Auch nicht. Die Schuhe. Kann ich dir aus. Aus dem Schritt machen. Ja. Strange. Okay. Spalzlicht. 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 Hier für 800 V-Bucks. Teil des Sturmlicht. Sets. Kriegt von mir 8 von 10. Von mir 7 von 10. 3,5 von 5 bei 2 Votes. 5 mal das. Dann kommen wir zur Essenz. Essenz. Das sieht man vernünftig aus. Geh mal bitte auf Modell-Mikro. Oh. Oh. Ja gut. Oh. Das sieht nicht geil aus. Ja. Oh mein Gott. Was ist denn das? Ja, inzwischen habe ich das Ding jetzt auch mal in der Hand gehabt. Aber das ist... Ich finde es nicht gut. Ich finde es nicht gut. So. Wie geht es denn? Essenz kriegt von mir... Essenz kriegt von mir 8 von 10. Von mir 6 von 10. 4 von 5 bei einem Votes. 3 Reminders. Dann kommen wir zum... Äh... Sonnen... Sonnen... Das ist zum... Zur... Sonneneruption. Hast du Sonneneruption? Oh, der sieht geil aus auch. Der sieht besser aus. Der sieht besser aus. Ich finde der sieht besser aus. Auf jeden Fall. Ähm... Die Tätowierungen sind auch cool. Die leuchten auch ein bisschen. Die Grüne auch ein bisschen geil aus. Äh... Zeig mal das Backpack von dem. Aber hat die andere auch ein Backpack gehabt. Oder ist aber gar nicht angeguckt. Oh. Sieht geil aus. Sieht geil aus. Die andere hat es auch gehabt. Oder hat er bestimmt auch ein Backpack gehabt. Haben wir jetzt auch nicht angeguckt. Er war genau das Gleiche halt nur ein Pick. Was ist da drin? Ist da nicht irgendwas drin in dem Backpack? Ja, ist es auch. Bei beiden. Was ist denn das denn? Das ist ein kleiner Roboter oder was? Das muss auf Stilvorschau gehen. Das ist ein kleiner Roboter. Das ist ein kleiner Roboter. Auch keiner. Kann sein. Drehmann bis 9 rechts. Ach... Ach... Wie viel gibt es denn? 7 von 10 geht es. Äh... 9 von 10. 3 von 5 bei einem Vote und 4 Reminders. Strahlende Angst. Für 500 V-Bucks finde ich jetzt nicht so ganz so spektakulär wie die davor. Kriegt von mir 6 von 10. 7 von 10. 6 von 10. 5 von 10. 4 von 5 bei einem Vote und 0 Reminders. Kern. Das Ding sieht mega cool aus. Das sieht echt nice aus. Das sieht echt nice aus. Wow. Cooler Effekt. Das sehe ich gerade aus. Ja. Für 500 V-Bucks. Sieht so aus wie bei Tron. Boah. Also hier bei dem Auto sieht es gut aus. Bei Tron Legacy. Findest du? Ja. Es sieht so aus. Ja. Immer diese Farben. Diese schwarze. Dann türkise, türkise und weiß. Sieht aus wie bei Tron. Kriegt von mir auf jeden Fall. Also da gebe ich jetzt mal das erste Mal für eine animierte Lackierung 10 von 10. Äh. Ja. Ich finde die mega. Ernsthaft? Ja. Ich finde die mega. Von mir kriegt die 8 von 10. 4 von 5 bei einem Vote und 4 Reminders. So. Und der Federgleiter. Der Fledergleiter. 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 Für 800 V-Bucks. Datei hoch hinaus mit dem Sturm. Teil des Sturmlichts. Sieht geil aus. Der Fäden. Mach den nochmal bitte auf. Den Fledergleiter. So eine Elektro-Fledermaus hier. Sieht geil aus. Und dann werden nochmal zum Schluss die Ohren ausgeklappt. Ähm. Ich finde das Ding sieht echt cool aus. Gefällt mir auch sehr gut. Und der Fledergleiter kriegt deswegen von mir 9 von 10. Von mir kriegt er 8 von 10. 5 von 5 bei einem Vote. Und nur Reminders. Wenn es euch gefallen hat, dann wünsche ich mich dabei ein Like, ein Abo und ein H freuen. Bis dann und tschüss.